So meine Damen und Herren, hier wieder eine neue Folge von Conan Exiles. Wir brauchen Kohle und müssen uns direkt mal auf den Weg machen. Ich habe auch schon Honig, das ist nett. Da brauchen wir noch ein paar Bienchen, die uns dazu weitere bescheren. Hier haben wir wieder Futter für die Tiere oder für einen selber. Ja, sieht doch gut aus. Brauchen wir wieder Insekten. So, ich sortiere das jetzt nicht weg, ich schmeiße das einfach mal hier rein. Kann ich das auch? Ah, das geht auch, guck mal. Perfekt. Was sie fressen, das fressen sie, was nicht, das fressen sie halt nicht. Und du kommst mal mit. So, rotzen wir mal eben hier die Jungs und Mädels weg. Oh, der hätte aber treffen müssen. So schön. Wo sind die anderen denn hin? Oh. 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 Was? Was ist denn hier los? Warum wird mir nicht geholfen? Sag mal, was ist denn mit dir los hier? Lässt mich da verhauen So, gucken wir mal nach dem anderen Dann müssen wir mal gucken, dass wir Kohle kriegen Der hat ja auch nichts Außer Fleisch für die Tiere So, nehmen wir die anderen auch mal mit Nehmen wir mal die Spitzhacke dafür Vielleicht bekomme ich da mehr Fleisch raus Wo waren sie? Hier Wo sind sie? Wie? Nicht wirklich, ne? Schmeiß auch mal in mir rein Wir brauchen Platz Ähm, was? So So Okay, dann wollen wir mal los hier Wo war denn hier nochmal Kohle? Ich glaube da hinten in dem Gebiet Ich finde das so blöd, dass die mal nachspawnen müssen Dass die nicht mit allem wirklich mitkommen Das kann ja nicht sein Aber hast du gezaubert oder was? Ja, die sind auch aggro hier Die linken So Immer so Ich denke, dass ich mir das alles schön markiert habe Wie willst du das denn sonst machen? Der mit den Fischen schwommen Trauchte So Mal ein bisschen die Gegend erkunden Ich brauche Kohle, verdammt Wir hatten da irgendwo einen Spot gehabt Das Spot Kohle Spot Was haben wir da oben mal weg? Schnetzeln Kohlefarben ist langweilig Nicht wahr? Aber ich brauche erst Kohle Eieieieiei Jetzt bin ich abgesehen Mal ein weg Wo wartest du? Ja, da wird auch mal Zeit Jetzt hier mal Jetzt habe ich aber die Flosse mit dir Der steht da nur blöd rum Die schnetze sich auch gleich weg Freundchen Das kann doch wohl nicht wahr sein Kann doch wohl nicht angehen Die helfen einem gar nicht Gucken blöd zu Ich kann das Spiel fast nicht mehr empfehlen Muss ich sagen Das macht nicht das, was ich tun soll Hier haben wir Kohle Guckst du Also nur um zu bauen Oder was brauche ich dieses Spiel nicht Also das sage ich euch Ja Sollen auch die Funktionen so funktionieren Wie sie ursprünglich funktionieren sollten Kann ich durch den Guckt euch das mal an Das ist doch scheiße so was Nee Ich kann nur wieder meckern hier drüber Echt Weißt du Angreifen Angreifen Und feindlich Das kann Krohn ganz gut Aber So Jetzt beißt doch mal zu Duftet dahinten steht Guckt euch das an Diese scheiße Also mal ganz im Ernst Äh Nee Guck mal Shit in Da haben wir wieder Shit in Und da haben wir wieder Eine Ja Na ja So So viel Ach Ganz wichtig So Nein Momentan bin ich nicht begeistert Davon Bis auf das Was man selber Rein Bauen kann Oder so ist alles Schrott Was wollte ich denn jetzt Anstatt ab jetzt rauszuhauen Guckt euch das mal an Ich hab den doch eigentlich getroffen Warum trifft er den dann nicht Junge 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 Er lebt ja immer noch Greifen an Die Handhabung des Kriegers hier ist total schlecht Also ich hab nicht Kritik Was Guck mal wie langsam er ist Weil sein Schnelldruck nimmt Was haben wir denn hier Schönes Können wir da was von gebrauchen Was soll ich denn mit dem Tatsanwende Daffari Rock Kann ich mir den Rock anziehen Ja So Na die Pfeile nehmen wir auf jeden Fall mit Also das ist echt Und Fleisch nehmen wir auch mit Aber ich möchte nur Fleisch haben Lass mal trinken So Jetzt gibt's ja mir Haut ohne Ende Ich werd verrückt So Knochen raus Haut raus Fleisch raus Klappt halt nicht immer Das war mein Fehler jetzt Der müsste den noch jetzt treffen Voll Die Klappe Guck mal der bewegt sich nicht Der greift nicht an Was ist denn da los ey Sorry dass ich rum Die Klappe Wenn die Klappe Ah die Klappe Die Klappe Ich bin klappe Das reicht an Fleisch. Ich will an die Kisten, will ich? Gibt es mir nicht übel, wenn ich meckere. Das ist einfach manchmal wirklich nicht toll. Da kriegt man echt Zustände. Was haben wir denn da Schönes? Hm, Gewicht 5 Kilo, sage ich mal dazu. So was ausrüsten. Hat das denn mehr Wert? Also nicht näher Wert, sondern mehr Wert an Rüstung. Gucken wir mal. 47 und das Ding. 14, das ist wohl wahnsinnig, wa? So, wir gehen weiter. Gucken uns das Lörfchen mal an. So, hier gehen wir demnächst die Leute farmen. Denn hier ist ein Kämpfer 2 schon dabei. Das ist doch ordentlich. Die Maske ist doch bestimmt wert, oder? Was kann die Maske denn? Nichts, nur schön aussehen. Ja, wofür brauchen wir den dann? Beobachter-Maske. Aber die jetzt Stärke-Bonus und so. Das ist das, glaube ich, was daran gut ist, nicht wahr? Ja. Ausrüsten. Okay. Ähm. Pfeil hat er auch dabei gehabt. Machen wir was. Meine Laune wird ja auch schon wieder besser. Man muss halt über ein paar Dinge hinwegsehen. So. Wo sind die dicken Schätze hier? Leute, wo seid ihr? Ja. What? Was? Was? Was du das? Schaffst du das, mich zu treffen? Nee, schaffst du nicht. Noch mal. Komm, ein Versuch noch. Ja, hat er? Okay. Komm mal heim. Ja, der ist ganz gut. Aber nicht gut genug. Doch, gut genug. Au, der ist gut genug. Ja, ja. What? Ohohohoho. Wie lange die sterben? Ach du, was ist das? Leuchtende Sens. Was ist denn das, wenn ich das trinke? Was denn dann? Oder wozu ist das? Leute. Ihr sollt mich doch abonnieren und in die Kommentare schreiben. Ja, ihr könnt mir ja damit auch helfen. Wenn ich was nicht weiß, dann schreibt es mir in die Kommentare und lasst eine Bewertung da. Gell? Gell? Haben die keine Kisten, was wertvoll ist? Meine Zeit ist schon wieder um hier. Puh, wir wollen doch mal was anderes jetzt, ne? Einfach mal hier. Haben die keine Werten? Da ist eine Kiste. Ich hab sie gefunden. Na toll. Ah, das ist gut. Das ist sogar so. Hä? Ach, da war ja das aus. Warum ist denn, warum ist denn ein Flash ausgelöst gewesen? Verstehe ich jetzt nicht. Wo ist denn jetzt, ähm... Wo ist der Deutsch? Da ist schon wieder so, da ist schon wieder sowas. Jetzt ist Deutsch weg. Ja, wo ist der Deutsch hin? Wisst ihr, was ich meine? Also, das ist doch scheiße. Das ist doch kacke. Wo ist der Deutsch hin? Hast du den gefressen? Ich geb' dir mal so ein paar Dinge. Kann ich den schon... Na, hab ich die Sachen nicht für dabei. Okay. Ich geb's dir mal längst ein Kram hier. Aber wie lange zieht das an? Hier ist doch zu fressen, mein Freund. Äh, ist der Deutsch weggebackt? Was soll der Scheiß denn? Naja, bin ich nicht mit einverstanden einfach. Ach, ne, Lutz. Ich kann mal schnell... Ausrüsten. wo ist die wo ist die maske jetzt sind ich habe den doch ausgerüstet war man schon mal ich nicht verstehen besser so kann der tragen ja leute heute war diese toll es ist einfach immer toll so müsste das sehen ist das nicht auf das spiel es ist nicht böse gemeint aber anstatt irgendwie große sprünge zu machen sollen sie erst mal so ein paar sachen aus dem weg räumen hat andere spielentwickler auch mal versuchen deshalb was war das denn jetzt ein ding ich sagte zu nix mehr jetzt und in der nächsten folge werde ich auch nichts mehr dazu sagen warum kann ich nicht aufnehmen guck mal hoffe ich nicht hoffe ich nicht er hat alles geblendert gut sind wir wieder an erfahrung reicher geworden und ich würde mal sagen bis zur nächsten folge wenn man die folge und tschüss